Ein Arm für alle, alle für dich und fällt das gar nicht schwer. Ein Arm für alle, alle für dich und fällt das gar nicht schwer. Ein Arm für alle, alle für dich und fällt das gar nicht schwer. Jetzt muss ich sagen, wer und wo ich bin. Und was ist passiert und ist es sehr schlimm? Wie viele sind verletzt, welche Verletzung liegt an? Und dann zeige ich, dass ich erste Hilfe kann. Was ist der Marsch? Wir sind dabei! Wer ist der Marsch? wer ist der Marsch? Wo ist der Marsch? Merkest du? Vielen Dank.